Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das wird wahrscheinlich ein sehr kurzes Video, weil es geht um eine sehr kleine Kamarkengst-Konga mit vier Mitgliedern. Und als erstes, das seht ihr jetzt schon da vorne stehen, jetzt muss ich schnell überlegen, wie der heißt. Okay, ich habe den Namen vergessen. Wenn es mir einfallen sollte, schreibe, blende ich ihn einfach ein. Und ich habe auch schon mal in einem anderen Video gefragt, ob den jemand hat, zwei Mal hat, weil den gibt es nicht mehr zu kaufen. Und ich sehe gerade, dass der da hinten sehr viel Macken hat. Weil den gibt es nicht mehr zu kaufen und ich finde das Modell halt total süß. Und ich würde halt meine Konga ein bisschen erweitern wollen. Und wer die halt hat, ich würde die in einem Tauschpaket tauschen. Gegen Repaint oder so. Und wer das halt hat, kann und es auch hergeben würde, kann mich mal auf Instagram anschreiben. Da heiße ich genauso wie auf YouTube halt Attene Miro. Und ja, weiter geht's. Dann ist das jetzt das Exklusiv-Modell. Ich finde die Farbe voll schön, diese Sandfarben. Ich habe jetzt das Heftan nicht ausgezogen. Und der heißt bei mir San Calypso. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, das erste Modell hieß Calypso, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, wir werden jetzt ja sehen, ob es mir eingefallen ist und ich es eingeblendet habe oder nicht. Auf jeden Fall, so sieht der von der anderen Seite aus. Und ich mag den halt total gerne. Das ist mein erstes Repaint aus dem Kanag-Hengst. Der heißt Esco. Der ist ein Brauner geworden und hat vier weiße Beine und eine Plässe. Und die Beine werden schon langsam ein bisschen... Die decken nicht mehr so richtig. Und ja, der hat einen Mähnenkasten bekommen. Und ich finde, der ist mir sogar ganz gut gelungen. Auch wenn es... Ich glaube, das war einer meiner ersten sogar. Ja, das war Esco. Und natürlich gehört auch noch Quäbel zu der Kanag dazu. Das ist ein Kast. Und hat... Also der hat den Schweif gekastet bekommen, die Mähne gekastet bekommen. Und das Bein hier hinten, damit es so aussieht, als würde er galoppieren. Ich habe ihn gepaintet zu einem Tiger-Schecken. Er hat hier Schattierung und hier, also nur so ganz leicht, hat ein dunkles Gesicht. Hat, wie man sieht, überall Punkte. Und ich finde bei dem... Also das Gesicht erst mal... Ich finde die... So... Plässe ganz schön. Also ich habe die nicht mit der Krölfarbe gemalt, sondern die ist durch die Schattierung entstanden. Dann finde ich sein Gesicht voll süß. Und von der anderen Seite. Nachdem es so dunkel ist. Ja. Der hat auch Real Eyes bekommen. Das war es auch schon mit dem Video. Ich habe jetzt nochmal meine kleine Konga da hingestellt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.